Ich wollte von heute früh an aufnehmen, wie ich jetzt am Livestream versprochen habe und was passiert? Ich verpenne. Beziehungsweise wir haben verpennt. Jetzt ist es 7.40 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg zum Auto. Gleich zu meiner Mutter. Die muss nämlich zum Arzt. Blut abnehmen und so. Und dann noch ein bisschen was erledigen. Ja, und ich werde euch heute mal 24 Stunden oder beziehungsweise jetzt, ich sehe so scheiße aus, begleiten. Also ihr könnt mich jetzt begleiten den ganzen Tag, bis ich wieder ins Bett hier. Wollte mich noch zurecht machen heute früh. Jetzt ist es nur Zähne putzen, waschen und so geworden. Oh Gott, das will. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen wieder, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich gerade angekommen. Meine Mutter ist schon ausgeschrieben. Mittlerweile ist es, was haben wir jetzt, 8.20 Uhr. Boah, ich sehe voll scheiße aus, Leute. Voll die Augenringe. Ja, jetzt warte ich hier drauf, dass Mutter dann wieder runterkommt. Dann werden wir nochmal zum Kreishaus. Ich will nochmal nachfragen, was nun mit meinen Papieren ist, ob sie das abgeschickt haben oder nicht. Und so will ich noch ein paar Papiere abgeben. Äh, nochmal gucken. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Dann muss ich Haushalt machen und dann habe ich um 14.30 Uhr Termin in der Schule. Äh, Elterngespräch. Da habe ich nämlich noch um einzelne Gespräche beten. Und da habe ich jetzt Termin gekriegt gehabt, weil, äh, zur normalen Elternversammlung konnte ich nicht hin, weil ich keinen hatte, der auf die Kleine aufpasst. Weil das war auch abends 19, noch was, 20 Uhr oder sowas. Ich wisse es ja nicht mehr genau. Und, äh, na, Schatzi war halt nicht da. Die war in Berlin arbeiten. Ja, und ich kann hier die Kleine schlecht alleine lassen. Und deswegen habe ich da um einzelne Gespräche beten. Und da gehe ich heute hin und erfahre das Gleiche, was bei der Elternversammlung rausgekommen ist. Ich bin mal gespannt. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal wieder einen Cut machen. Ich warte weiter auf meine Mutter und wir sehen uns irgendwann in den nächsten paar Minuten, Stunden wieder. Ich werde halt weiterhin den ganzen Tag begleiten. So, ja, bin ich schon wieder. Jetzt haben wir mittlerweile kurz vor 11. Ich war jetzt, äh, mit meiner Mutter beim Arzt. Ich war beim Jugendamt, habe das geklärt. Ist aber auch nur so halbwegs geklärt. Alles ein Scheiß. Beim Finanzamt, jetzt war ich bei der AOK, weil ich meine Tochter auf mich umschreiben lassen will. Die lebt ja auch immerhin bei mir. Jo, jetzt geht's erstmal wieder nach Hause. Also meine Mutter erstmal noch nach Hause bringen. Und... Essen? Ja? Für Vater holen. Ja, für Vater noch Döner holen bei meinem Döner-Ali. Und dann bringe ich Mutter nach Hause und dann werde ich wahrscheinlich das Auto von außen nochmal ein bisschen waschen kurzzeitig. So ein bisschen, mit ein bisschen Wasser abspritzen und... in Ordnung bringe die Tage, wo ich's jetzt habe. Und dann... Mal gucken, was ich heute noch... was noch so alles ansteht. Dein jetzt ist noch... Aber das werdet ihr alle gleich sehen. So... Da bin ich auch schon wieder. Das regnet gerade ein bisschen. Wir sind jetzt eigentlich wieder bei Mutter zu Hause. Haben alles erledigt. Mutter war ja noch beim Döner-Ali. Also da, wo ich auch mal meinen Döner hole. Da kriegt man den leckersten Döner hier im ernsten Umkreis. Ja... Außer will ich heute doch nicht waschen. Weil... Ja, Rasen nass und alles nass und da. Und ich muss ja auch gleich wieder los. Ich hab ja auch noch ein paar Termine heute noch. Und von daher... Mach ich Donnerstag. Da ist zeitlich alles ein bisschen besser. Weil... Ja, gleich 12 Uhr. Wurde ich noch nach Hause. Äh... 14 Uhr rum kommt die Familienhilfe. Und dann hat er immer zur Schule von meiner Tochter. Ich hab ja, wie gesagt, Elterngespräch. Und ich nimm die Familienhilfe halt mit. Äh... Ja... Soll sie sich halt auch gleich mit anhören. Abwaschmusik jetzt noch zu Hause machen gleich. Und... Habt ihr noch? Na, wir fähigen wischen halt. Das mach ich jetzt so zwischendurch noch. Und dann... Luna! Komm her! Luna! Luna! Komm her! Wartet mal, ich zeig euch mal was. Komm! Hey, halt mal still! Komm! Sitz! Ja, könnt ihr eigentlich auch machen. Aber... Aber will ihr halt nicht immer. Halt doch mal still. Jetzt endlich doch mal. Ja... Der... Mops von meiner Mutter. Und dampft euch schon wieder ab. Ich werde heute weiter filmen. Wie gesagt... Bis ich wirklich ins Bett gehe, werde ich hier immer wieder kurze Etappen filmen. Und... Boah, so könnt ihr dann halt mal so einen Tag von mir sehen. Das warte jetzt für den Augenblick auch. Jetzt esse ich mit Mutti erstmal noch was. Und dann geht's gleich nach Hause. So... Jetzt ist es nach zwölf. Fertig mit Essen. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Und dann wartet auch noch ein Haufen Arbeit auf mich. Muss auch noch Papiere raussuchen. Muss dann morgen nochmal zur AOK und die Scheine hinten und die Bootsurkunde hinbringen. Dass die Kleine dann auf mich angemeldet ist von der Versicherung her. Ja... Ist noch ordentlich was zu tun. So... Jetzt ist es mittlerweile... Was haben wir jetzt? Wie viel Uhr? Muss jetzt mal mein Handy suchen. Also eben konnte ich nicht Fotografie... äh... Filme machen. Weil die Familienhilfe war ja mit da... ähm... 16 Uhr ist es jetzt. Wir haben jetzt die Kleine auch vom Hort geholt. Bin jetzt alleine mit der Kleine gewesen. Oder kurz zu Hause jetzt. Jetzt geht's gleich wieder los. Mit dem Kater jetzt nochmal. Nachbarort zum Tierarzt. Die haben wir jetzt nicht gut. Der zieht sich irgendwie zurück. Und frisst nicht. Und... Dann auch gleich nochmal bei der AOK vorbei. Ein paar Papiere abgehen mit dem Finanzamt. Das habe ich jetzt auch schon alles. Vorhin noch teilweise mit fertig gemacht. Jetzt noch schnell Unterschrift geleistet. Kopieren noch vorher. Und dann... Ja... Bank muss ich auch noch. Und... Ja... Da ist noch ein bisschen was zu erledigen. Bevor hier Ruhe einkehrt heute. Ja... Dann fahr ich jetzt erstmal los. Wir sehen uns gleich. Ach... Wunderschön. Da bin ich schon wieder. Ach... Ich bin K.O. wie Sau. Ich stinke wie ein Schwein. Ich bin total durchgeschwitzt. Es ist einfach nur warm. Die ganze Zeit nur unterwegs. Mittlerweile ist es jetzt... 18.04 Uhr. Wir sind gerade rein. Ich werde jetzt das Essen für die Kleine vorbereiten. Und... Dann gibt's Abendbrot. Ich habe heute auch hier... Ein Briefchen gekriegt. Kann ich euch ja schon mal zeigen. Weil wenn das Video rauskommt... Habe ich das Video vielleicht schon fertig. Äh... Wo ist es da? Injustice 2. Ich bin so heiß drauf. Das wird so geil. Das wird so geil. Das muss ich noch installieren. Ja... Wenn die Kleine denn... Jetzt gleich fertig gegessen hat. Noch waschen. Zähne putzen. Dann wird sie langsam Bett fertig gemacht. Dann kann ich endlich in der Wanne. Ein bisschen Erholungsprogramm machen. Muss mich aber beeilen. Weil... Um 20 Uhr habe ich ja angekündigt. Mache ich einen Livestream. Bei Odin Zocker drüben. Äh... Also wenn ihr das Video gesehen habt. Ist der Livestream sowieso schon vorbei. Mal gucken wie lange der Livestream geht. Ja, Lucky. Der riecht nach Tierarzt. Das haucht der Weiße den Teiger an. Der liegt hier ganz normal. Macht nichts. Sonst ist immer er die Krawallbürste. Und jetzt riecht er nach Tierarzt. Jetzt hat er sich verpisst. Der weiß. Ab und am PC Tisch. Ja... Ne... Da werde ich dann noch den Livestream machen. Mal gucken wie lange. Eigentlich kann ich durchziehen bis kurz vor... 0 Uhr oder 0 Uhr in etwa. Weil... Mein Schatzi kommt heute um 22.30 Uhr zu Schluss. Äh... 23... Also ich denke mal 23.40 Uhr wird sie den schaffen von Berlin hierher. Vielleicht auch schon 23... Entweder so 0 Uhr 20 oder 23.20 hier. Müssen wir gucken. Aber ich glaube nicht dass er den um 22.40 Uhr schafft. Ich denke mal 23.40 Uhr wird sie nehmen. Also wenn ich schön lange Livestream... Dann werde ich meine bessere Hälfte vom Bahnhof abholen. Die will halt noch kochen hier für heute für mich. Das will die auch noch heute machen. Also beziehungsweise so weit sie hier ist. Die macht die so lieb die Frau. Nach der Arbeit 12 Stunden Schicht und kommt nachher und bekocht mich. Damit ich was zu essen habe für die nächsten Tage. Weil morgen muss sie ja auch wieder arbeiten. Um 12 Uhr noch was muss sie mit dem Zug los. Nur dass ich was für die nächsten Tage zum Essen hier habe. Weil sie ja bis Freitag jetzt durcharbeitet wieder. Und da kommt sie extra zwischendurch her. Ist die nicht toll die Frau? Ja... Also ein paar Mal Zwischensequenz müsst ihr noch ertragen bis das Video zu Ende ist. Ich halte euch auf dem Laufenden was hier heute noch so passiert. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich mache das Essen. Dann kann die Kleine nämlich eigentlich essen. Und dann kann ich eigentlich in der Wanne und sagen wenigstens eine Stunde Erholung pur. Wir sehen uns im Anschluss. Es geht ja fließend über. So und schon bin ich wieder da. Jetzt haben wir mittlerweile 19 Uhr 17. Wie sieht man die Uhrzeit? 19 Uhr 17. Die Kleine ist gerade ins Bett. Jetzt werde ich in der Wanne kurz relaxen. Dann muss ich noch den Livestream vorbereiten. Und noch ein kurzes Video machen. Und halt auf meinem Kanal hochladen. Und halt veröffentlichen, dass jeder Bescheid weiß, dass es los geht. Weil ich kann ja bei mir momentan keine Livestreams machen. Ja... Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit Wanne fertig bin. Bevor der Livestream anfängt werde ich nochmal kurz ein Video machen. Oder vielleicht sogar im Livestream mit einem kurzen Video machen. Ich weiß ja noch nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall halte ich Euch auf dem Laufenden. Was hier heute noch alles passiert. Bis gleich. So. Und da bin ich auch. Seht ihr? Und auch hier. Glatt wie ein Babypopo. Also an den Seiten. Und auf dem Kopf. Jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. So. Scheiße. Jetzt ist es mittlerweile 19 Uhr 46. Könnt ihr das jetzt sehen? Nicht wirklich. Waren wir jetzt zu hell. Der Hintergrund. Ich muss jetzt aber noch Wäsche abnehmen. Also wird der Livestream heute mal wieder etwas später. Jetzt seht ihr mal wie das ist. Ich richte von einem ins nächste. Und dann kann es halt schon mal sein, dass er was später kommt. Ich werde jetzt erstmal den Wäschekorb holen. Wäsche abnehmen. Dann muss ich noch den Livestream vorbereiten. Beziehungsweise ein kurzes Video bei YouTube machen. Dass ich auf Odin Zockt einen Livestream machen werde. Boah. Anstrengend jetzt gerade. Weil die warme Luft in der Wanne. Das ist ja auch für meinen Asthma und so. Diese warm feuchte Luft. Bringt mich dann immer ganz schön außer Puste. So. Jetzt aber wirklich erstmal Wäsche abnehmen. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Noch mal ein kurzer Zwischenstopp. Ich bearbeite gerade das Video. Warte ich dann gleich hochladen werde. Dass ich heute Livestream werde. Ich habe den Livestream auf 21 Uhr verschoben. Weil ich schaffe es einfach nicht vorher. 20, 30 wäre auch. Aber dann ist zu wenig Zeit für euch zu reagieren. Weil ich muss das erstmal hochladen. Und dann muss YouTube das freigeben. Dass es auch 720p ist. Da habe ich jetzt auch schon Injustice 2 installiert. Und Update Datei ist auch drauf. Ich bearbeite jetzt hier weiter. Lade das hoch. Und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Was hier noch so passiert. So. Noch ein Zwischenbericht. Das Video ist hochgeladen. Also so sieht übrigens das neue Design aus. Und hier das Mal. Was ich gesagt habe. Das ist das Kanal Intro. Das geht jedes Mal mein Kanal hier an. Das war früher. Dann war das für mich nicht sichtbar. Weil ich kenne das ja. So. 41 Klicks vor 12 Minuten. Noelan. Online gestellt. Ja. Jetzt ist es 20, 27. Jetzt gleich den Laptop umbauen. Dass der dann auf die Couch kommt. Ja. Headset anschmeißen. Mixeri holen. Schön eine Runde mit euch daddeln. Und dann schön entspannen. Nach so einem stressigen Tag habe ich mir das jetzt auch verdient. Aber der Tag ist noch nicht vorbei. Wie gesagt. Um 7 Uhr hat der Wecker geklingelt. Bei uns ein bisschen. Ja gut. Wir haben heute früh ein bisschen verpennt. Dadurch ging heute früh alles husch husch. Und ich habe den erst im Auto aufnehmen können. Ich wollte eigentlich heute früh im Bett schon meine Kamera nehmen. Und sagen. Hey guten Morgen. Aber das war heute früh alles ein bisschen hektisch bei uns. Ja dann bis 23 Uhr oder 0 Uhr werden wir machen. Und dann 0 Uhr noch was meine Frau holen vom Bahnhof. Also ich denke mal. Wird wieder bis 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr die Nacht. Mal gucken. Ich hoffe nicht. Aber. Ihr werdet zielen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich bin auch ganz schön durch heute schon. Wie gesagt. Aber ich freue mich schon. Ich bin total K.O. Und. Und. Aber ich freue mich auch tierisch auf den Livestream mit euch. Weil ich habe ja gestern The Surge alleine. Ne. Vorher. Gestern. Gestern. Und aufgenommen. Und. Ich bin heute. Wie gesagt. Noch nicht zum Bearbeiten gekommen. Weil ich war ja nur unterwegs. Ich bin. Kaum zu Hause gewesen. Hier ist übrigens der dicke Kater. Ihr könnt mal sehen. Dass der da immer neben mir liegt. Da will er Schutz haben. Nicht. Und. Das werde ich dann morgen bearbeiten. Aber heute bin ich echt nicht dazu gekommen. Und. Ich freue mich echt schon auf den Livestream. Weil. Ohne euch zu zocken. Ist echt. Doof. Ich zocke lieber mit euch zusammen. Mit euch ein bisschen sabbeln dabei. Und. Und. Ja. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Einfach. Ja. Der direkte. Der direkte. Gefällt mir. Jo. So. Man kotzt mich halt an. Äh. Dass der Support. Immer noch nicht geschrieben hat. Freitag haben sie geschrieben. Äh. Also der YouTube Support. Äh. Ich soll denen noch einen Tag Zeit geben. Jetzt ist mittlerweile Dienstag. Ich werde mal. Noch eine E-Mail gleich hinschreiben. Äh. Was nun ist. Ob sie jetzt schon was wissen. Oder nicht. Und. Weil ist ja schon Dienstag. Äh. Ich hoffe dass das. Dass der Strike wegkommt. Dass wir dann bald wieder auf Odins Test. Jetzt normal streamen können. Und dass die sich hin und her aufhört. Dann. Mal gucken. Dann werden wir nur wahrscheinlich die längeren Sachen auf Odin Zocker machen. Wenn dann. Wenn dann so. Längere Geschichten anstehen. Oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da selber auch momentan einfach. Zu sehr durch den Wind. Um mir da jetzt gerade einen Kopf drüber zu machen. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Einfach mal die Facebook Seiten. Und die Facebook Gruppe. Bei Facebook Gruppe kann ich nämlich Abstimmung machen. Umfragen. Also Umfragen. Im Auge behalten. So. Dann mache ich jetzt hier erstmal Cut. Ich muss die E-Mail noch an Youtube schreiben. Ich muss noch das Essen bestellen. Für nächsten Monat. Für meine Tochter. Weil da habe ich auch gerade eine E-Mail gekriegt. Dass ab jetzt. Man schon das Essen für Juni bestellen kann. Das werde ich dann natürlich gleich machen. Ja. Und ist schon 20.30 Uhr mittlerweile. Und dann geht es ja auch gleich schon an den Livestream. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. So. Da bin ich auch schon. Ihr seht. Ich habe Gaming Kopfhörer auf. Der Livestream läuft bei Odin Zocker. Wir werden jetzt als erstes Injustice zocken. Also wenn ihr da mit bei wart. Habt ihr das ja gesehen. Und ja. Das war mit der Zwischenmeldung. Für jetzt. Wir sehen uns nachher wieder. Bei der nächsten Zwischenmeldung. Bis ich ins Bett gehe. So. Jetzt. Muss ich auch schon gleich wieder los. Das ist jetzt. 23.32 Uhr. Ich muss meine Frau vom Bahnhof holen. Ich habe jetzt mit dem Stream Schluss gemacht. Ich weiß nicht ob ich gleich nochmal streamen werde. Entscheide ich dann spontan. Und erstmal gucken was mein Frauchen sagt. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Weil ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir sehen uns aber gleich wieder. Weil der Tag ist immer noch nicht gelaufen. So. Mittlerweile sind wir auch wieder zu Hause. Ich habe mein Frauchen geholt. Es ist 0.14 Uhr. Ich gucke noch Herr Newstime jetzt. Ja und Frauchen kocht. Ich kann euch dann nachher auch noch leckere zeigen. Was Frauchen gekocht hat. Frauchen darf ich das heute auch schon essen nachher? Ja. Ich darf das heute sogar schon essen. Ja. Und dann berichte ich euch nachher halt weiter. Der Tag scheint noch eine Weile zu gehen bei mir. Wir sehen uns gleich. So. Jetzt haben wir es 1.40 Uhr. Meine Frau ist gerade fertig geworden mit Kochen. Jetzt werde ich noch einen Teller Suppe essen. Weil ich habe Hunger. Und ich bin gespannt wie es schmeckt. Und mal gucken wie sich hört sich heute. Wann wir dann ins Bett gehen. Also. Ich halte euch auf dem Laufen. Noch ist der Tag nicht erledigt. Ich mache mir gerade auch ein bisschen Sorgen um meinen Kater. Der liegt im Badezimmer und zieht sich da zurück und so. Sieht alles gerade ein bisschen scheiße aus. Ich halte euch auf dem Laufen. Jetzt mache ich hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns. Ich denke mal einmal werde ich noch ein Video machen. Weil ich denke mal nach dem Essen werden wir dann doch irgendwann mal ins Bett. Und wenn nicht kommen noch mehr. So Leute. Jetzt ist es mittlerweile 2.06 Uhr. Ich habe auch noch mal gegessen. Und ja. Wir gehen jetzt ins Bett. Tag war lang für uns. Ich bin auch ganz schön am Arsch. Ich glaube ich werde gleich pennen wie ein Stein. Ihr habt mich jetzt so verfolgen können heute. Und so sehen die Tage eigentlich relativ oft aus. Eigentlich fast immer. Manchmal habe ich Glück, dass ich dann Nachmittag oder Vormittag ein bisschen Luft habe. So 2-3 Stunden bis die Kleine aus der Schule kommt. Und dann geht es erst wieder weiter. Aber ja. Nichtsdestotrotz. Ich hoffe es hat euch gefallen 24 Stunden oder fast 24 Stunden Odin zu begleiten. Fehlen 5 Stunden. Dann sind wir bei 24 Stunden. Aber die will ich nicht wach bleiben. Ich bin voll im Arsch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Hier irgendwo kommt auch gleich ein Abonnier Knopf. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und darauf Bock habt. Und hier irgendwie auch 2-3 Videos, was für euch vielleicht interessant ist. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde natürlich antworten wie immer. Ich wünsche euch jetzt allen eine wunderschöne gute Nacht. Oder guten Morgen. Oder schönen Mittag. Je nachdem wann ihr das Video gerade guckt. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin. Sir Martin. 5 Stunden.